Hallo, 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 der Mero hier mit mehr Banzai, Banzai-Dingsbums und, äh, man sollte das Gamepad auch anmachen, ich mir so, ach Gott, was? Moment, oh, es fühlt sich alles so komisch an, okay, also, Banzai Mario World, wir sind stehen geblieben in einem Wolkenlevel. Ok, mor, 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 mor. Wir machen das einfach so, tun mal so, als wäre das Ganze dann nicht passiert, ähm, du bist jetzt echt, echt doof. Ich hoffe, das weißt du, ach Gott, da ist gleich der Nächste, der mir auf den Keks geht. Und ich nehme einfach mal an, die Münze sagt mir, versteck dich hier bitte. Genau. Und dann kommt da oben ein Bullet-Bild. Das ist gar nicht mal so nett. Aber das kann man problemlos vermeiden. Auch keine große Gefahr. Es ist halt mal wieder... Ich glaube, diese Beschwerde hatten wir öfter. Das ist mal wieder ein Scrolling-Level. Ich weiß nicht. Irgendwie steht der Hack-Macher-Typ. Total auf diese Scrolling-Kacke. Spring mal nicht öfter, bitte. Dankeschön. What? Oh Gott, habe ich da das Timing verhauen. Okay, wartet. Wartet, wartet, wartet. So, jetzt komme ich hier nicht durch. Oh Gott. Bitte nicht. Oh, du auch nicht. So, einmal da drauf, wollte ich sagen. Und dann hier so rum, okay. Du verabschiedest dich gleich wieder von mir? Oh, ist okay. Damit kann ich leben. Na, damit kann ich weniger leben. Wir gehen mal wieder hierhin zurück. Äh. Äh. Mittelpunkt. Oh, ja. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich noch die Ballonhälfte. Oh, welch Wunder. Und... Ach, warum? Ich hasse es. Ich finde das hier jetzt noch schlimmer als die... Die Wolkenhälfte. Weil Ballon halt auch noch so 0 Gegenwehr bedeutet. Wir können uns nicht um Gegner kümmern. Wir haben hier ein absolutes Timing-Problem. Wenn ich da nicht absolut auf Risiko gehe... Und dann... Uiuiuiui. Okay. Okay. Das war vielleicht ein bisschen knapp. Und man will auch vielleicht ein bisschen weit hier vorne bleiben. Spiny. Ich denke nicht. Fuß. Football. Okay. Man hat doch nicht 0 Gegenwehr. Ich nehme alles zurück. Das wäre auch ziemlich... Ziemlich gemein. Ziemlich gemein. Ziemlich gemein. Ziemlich. 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 Okay. Man hat da eine Menge Zeit. Alles gut. Okay. Vielleicht hat man nicht ganz so viel Zeit, wie ich dachte. What? Komm schon. Dankeschön. Dankeschön. Oh man. Oh man. Nope. Und nope. Und job. Ich halte mich einfach weiter hier... Ach komm, leck mich doch. Weiter hier vorne, wollte ich sagen. Ah. Adadadadadada. Adadadadadadadada. Perfect. So, jetzt haben wir auch wieder ein kleines Stück mehr Puffer. Was das Ausweichen angeht. Ah, komm schon. Das ist echt nicht so schwierig. Ich nehme einfach mal an. Der soll mit. Genau. Damit man dann hier durch kann. Und dann müssen wir auf die Plattform... okay da geht es dann weiter was ach du schande darauf war ich nicht vorbereitet weiß doch nicht wie man auf das vorbereitet sein sollen aber okay gut schön mond 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 easy peasy nein nicht ganz so easy sind das unsichtbare blöcke oder auch gott okay das ist nie passiert damit habe ich halt echt nicht gerechnet es kann doch nicht so schwierig sein junge mr mr mero können sie den 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 murks mal lassen wow man trifft beide und wenn man schnell genug ist schafft man auch eigentlich noch den mond oder man stirbt aus irgendwelchen ganz ganz komischen gründen ein ganz ganz komischem zeug kann beides passieren und jetzt sterbe ich ganz oh gott bitte doch oh gott okay 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 alles gut alles super füße nein water counter ist neben dem leben acht da okay und der hört auf bei 25 ja mensch wasser spors junge ich habe vergessen dass diese welt echt bescheidene gimmicks hatte ähm ich darf da nicht mal hoch oder was moment das ist eine falle das ist eine what oh 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 war groß warte 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 okay okay now alles noch im rahme Alles, alles super Das war nicht lustig Diesmal muss ich dran vorbei Auch wenn ich nicht ganz weiß Okay, irgendwie so Alles gut, alles cool Alles, alles easy Alles, alles ganz, ganz Hapatapatapa Danke, oh wow Das war echt flüssig Das war ein echt schlechter Witz Wenn man das mal so sagen darf Okay, oh Gott Ah Ähm Es tut mir leid, ich bin gerade so still Mal das hier Das hier ist nicht Spaßig So Jetzt kriege ich einen neuen Panzer Dann nehme ich auch den neuen Panzer mit Natürlich Aber erst einmal Bitte was? Nein, das war Oh mein Gott Oh mein Gott Jetzt muss ich da unten durch Oder was Ähm 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 Okay Okay Das war cool Das hat Spaß gemacht Und das ist ein absoluter Mittelfinger Ich hab schon fast das Gefühl Sarkaktos ist wirklich ein Mittelfinger Oder eine Rakete Wow Das ist gemein Da denke ich mir Yeah, Secret Und dann ist das Spiel so Noch Secret Moles with Shades Okay On off To activate Und deactivate Was kann ich damit deaktivieren? Diese Blöcke kann ich damit deaktivieren Ja, das ist gut Diese Blöcke Okay Diese Blöcke Ach Oh Gott Nein, 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 nein Ich sehe worauf das hinausläuft Ich sehe es Moment Oh Moment Bleib mal da drin Ich hab schon verstanden Was Was man hier von mir will Und dann Hier Das gleiche Ja Patapata Wapada So Einfach, dass man ein bisschen mehr Zeit hat Für den Stuss Ja, komm schon Du blöder Maul Ich mag dich nicht Ich mag dich nicht Hast du das gehört Ach du Schande Was Moment Habe ich mir die jetzt Ah, es kann halt sein, dass man die auch noch verteilen kann Das ist gerade so meine Mit welchem muss ich dann mit? Mit dem unten? Mit dem oben? Mit welchem soll ich denn mit? Oh Oh, okay Verstanden Muss hier dann Wechseln Was auch Gar nicht, gar nicht fies ist Und zwar so, dass der andere auch noch überlebt Oh, das war so knapp Oh, das ist so gekauft Ei Was ist hier los? Ei Was soll das? Hallo, warum dreht er sich um? Warum Warum dreht er sich um? Okay, das war gar nicht mal so schlimm, wie ich das jetzt dachte. Aber das ist der Cooper sich um... Ein, ein, doofer Cooper. Okay, nein. Ich sage nein, das ist eine Falle. Das ist ganz eindeutig. Eine Falle. Nein, 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 nein. No. Okay, so, jetzt los, mein kleiner Monty. Mega-Mole. Monty sind die Kleinen, ich muss mir das mal merken. Stopp! Stopp! Einmal. Ach, du Schande. Wow. Das ist so einfach funktioniert. Das sind halt so Sachen, ich denke mir... Ja, okay. Ich weiß, was man von mir will. Aber das sieht echt kacke aus. Und dann... Dann mache ich es. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so kacke gewesen. Das ist jetzt ziemlich bescheiden, verteimt hier. Was geht? Also der Delfin... Rettet mich. Wenn auch nur... Ganz... Ganz... Knapp. Aber er tut's. Ach du Schande. Und einfach rein. Wir ignorieren das. Wann sind wir fertig? Oh mein, was? Okay. Ah, das war der Tod. Das war nämlich der Tod. Und jetzt riskiere ich es und sag unten in die Lücke. Ja, das war richtig. Easy. Oh yeah, yeah, yeah. So. Das Schloss. Jumpman. Machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich bin der Mero. Das war's für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal. Mit mehr. Bis dahin. Und tschüss, tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.